Du möchtest noch mehr zählen? Na dann, mal los! Wow, hier ist alles voll mit giftigen Zymikalien. Du musst das gefährliche Material loswerden. Aber du kannst Fässer nur zerstören, wenn du mit ihrem eigenen Schleim bedeckt bist. Ja, ich weiß. Kompliziert. Also, die großen Fässer ändern die Schleimart. Danach kannst du dann alle kleinen Fässer in derselben Farbe erheben. Dann wird alles gut, solange du unter der Dusche gründlich schubst. Drei, zwei, eins, los. Farbe gewechselt. Farbe gewechselt. Farbe gewechselt. Farbe gewechselt. Farbe gewechselt. Farbe gewechselt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dafür gibt es nicht nur mehr Macht, sondern ein persönliches Daumen hoch von mir.